Hallo und herzlich willkommen zu TTT, anscheinend hat niemand die Ansage gemacht, ich mach die jetzt einfach mal. Ey Leute, was? Ich hab's nicht aufgenommen, ne, das weißt du. Willkommen. Achso, ja, dann mach ich für dich nochmal ne Ansage, ich bin schon in der Folge. Drei, zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play TTT, die zweite. Jetzt nochmal. Nehm ich auf, Alter, das hast du's gut gemacht, das nehm ich auf. Ne, mit dabei sind ne Menge Leute und auch die, die's nicht hinkriegen. Soll ich für jemanden noch ne Ansage machen? Ähm, ja komm, mach nochmal. Ja, hier ist Snail, drei, zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier noch für Snail. Also, ähm, der steht hier auch so rum. Wow! Das ist doch Snail. Ich krieg's mit, ich krieg's mit, ich krieg's mit. What, wie bin ich jetzt geschaut und ich war weggesniped, oder? Ja, mit dem Crossbow. Ja, wow, oh na. Mit der Reife. Toll. Ey, das sah gerade genial aus. Na, du durftest das Ding nicht vor mir nutzen? Ich dachte weil's nur beschäftigt. Wann war ich jetzt die erste Ansage? Oh, ich seh gar nix. Soll ich noch eine extra für dich machen? Ne. Muss noch eine für Ona machen. Für Ona, ja, drei, zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen hier zum Let's Play mit Ona. Wir sind hier auf der Karte mit ToySort und es sind eine Menge Leute dabei. Auch der Owner ist dabei. Exe ist dabei, CyberWater dabei, Wann war es dabei, Snail ist dabei. Jetzt aber eine für mich und eine für mich. Ja natürlich, für Exe kommt natürlich auch noch eine. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Trouble in Terrorist Town. Trouble in Terrorist Town. Trouble in Terrorist Town. Ja Niklas kriegt auch noch eine Ansage. Die machte ich in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Niklas in Terrorist Town. Wir haben hier viel Spaß mit Freitern. Guter Wurf! Und ich glaube wir haben nicht mehr Leute. Zum Glück. Du musst doch mal eine für dich machen, einfach nur weil du Spaß gehst. Ja, für Goom natürlich. Jetzt werden wir für Goom. Für Goom, für Goom, für Goom mache ich auch noch in 3, 2, 1. Eine Ansage mit Wubble in Terrorist Town. Vor mir sind der Snail und der CyberWater hier auf der Karte. Und das ist der absolute Wahnsinn. Snail ist Traitor, CyberWater ist Traitor. Ich bin in und das in der ersten Runde hier bei Terrorist Town. Hä? Ja, Leute wir haben einen Traitor, Wann war. Das ist natürlich merkwürdig. Das ist sonderbar. Okay, das heißt, Mann war nicht das. Mann war nicht das. Mann war nicht das. Wann war nicht das? Ja, ja, 100%. Du brauchst mehr Aim, um mich zu treffen. Zum Glück. Ich wollte dich ja nicht treffen. Die anderen sind auf der anderen Seite, oder? Ich glaube keine andere Seite, ja. Ich glaube einer von den anderen 3, das ist jetzt ernsthaft. Ich glaube ja, du bist das, Exe. Ich bin durchs Ruhr gegangen. Exe, ich glaube du bist das. Was ist das über Kinderach? Ich suche gerade nach einer besseren Waffe, nach einer Snipermache. Aber hier ist keine... Ah doch, hier. Nice. Ich habe jetzt den Sword-Off weggeschmissen. Nein. Oh Snail. Lebt ihr beide noch? Wann war? Ich leb noch. LOL. Hast du das Karma deaktiviert, Wann war? Ähm, nein. Außer bei mir. Wieso haben wir alle keinen Karma, bis auf Onar? Onar-Karma? Ähm. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe mehrere Karma-Befehle ausprobiert. Es ist Snail. Mama TDD, Karma 0 und 4 immer ohne Karma. Warte sofort, solange Snail nicht direkt hinter mir ist. Onar, kommst du auch mit rüber? Okay. Oder? Ich bleib hier. Ich halte die Stellung. Wie gesagt, die anderen 3 sind alle drüben. Jetzt ist Karma aus. Wann warst du immer noch da drüben am Tor? Äh, ja. Snail schießt hier auf Cyber-Bot. Wir sind alle gleichzeitig auf Exxer. Ey, ich wurde angeschossen. Ihr werft mich nicht auf die Distanz. Ich habe nicht geschossen. Cyber-Bot. Noll. Oh. Er ist tot. Ja, gut, dann confirm. Ja, da hinten geht die Party ab. Oh, da ist Prinship geflogen. Ich sehe nichts. Ich würde mal sagen, wir sind beide nicht. Und wer von jetzt... Okay. Ich werde angestollen. Ich werde auch abgeschossen. Das kann Snail bezeugen, dass ich das nicht bin. Oh, das kann ich gar nicht. Ähm, doch, das kannst du. Wo kommt es so? Wir können jetzt eine Entführung machen, aber... Also, Snail macht das immer verdächtiger. Das gibt alles auf One-Wort zu schießen. Auf mich oder auch gibt es auch nicht. Es ist einer von euch beiden ist es. Warte mal. Warte mal. Was sind wann wir reinschreiben? Ey, es ist Ona. Wer hat jetzt von euch Cyber-Bot umgebracht? Ähm. Also Snail hat es nicht gemacht, ich habe es nicht gemacht. Wer hat denn Friendship geschossen hier? Das wird Ona gewesen sein, der kam ja hier hin, der ist äh... Friendship. Aber ist denn nicht hier so... Und ich habe keinen Friendship. Also wenn du so wirkst, da drin warst dann... Also es kann wirklich sein, dass Ona mich auch angeschlossen hat. Davon gehe ich sogar aus, beinahe. Okay, wo ist er? Wo ist denn der? Der ist auf der anderen Seite. Oder er hat sich umverkämpft. Ja, los, schießt mich ab, schießt mich ab, los. Ich glaube irgendwie... Snail, was hast du in der Hand? Oh, oh. Was hast du gerade in der Hand in der Wand, wa? Los, schießt mich ab, ich sehe hier. Wo ist der? Ja, Snail, schießt ihn ab mit der Schrot auf die Entfernung. Los! Schießt ihn ab! Ich vertraue euch immer noch nicht. Ich vertraue Snail nicht. Ich vertraue Snail auch nicht mehr. Wieso traust du mir nicht? Wer hat jetzt von euch Cyber-Bot umgebracht? Vielleicht war es doch ein Selbstmord. Wieso hast du ihn umgebracht? Wer war danach? Das könnte dann natürlich eine Todesursache sein. Snail. Genau. Darf ich denn herkommen, ohne dass ich direkt sterbe? Eigentlich ja. Ich denke nämlich, einer von euch hat den Friendship geschossen. Snail, was hattest du gerade in der Hand? Mein little pony. Xa, wenn du so weit hinherst, stirbst, hast du erstens. Ich denke Snail ist es. Ich mach nicht mal was! Diese Karte ist so hell, ne? Hab ich das schon mal gesagt. Ey, ich denk echt Snail ist es, aber ich will nicht schießen. Mein Gott. Geht mir genauso. Wann war? Bist du dir wirklich sicher, dass Snail es nicht ist? Dass Snail den Friendship nicht geschossen hat? Dass er den Friendship nicht geschossen hat? Ja. Aber... Jose, bist du dir sicher, dass Wann war er nicht geschossen hat? Wann war? War es die ganze Zeit da drinnen, ne? Ich war hier mit dir in diesen Dingen hier. Okay. Also theoretisch kann das nicht gewesen sein. Wo bist du denn? Unten. Ach, vor dem Blauen. Wahrscheinlich. Nein, nein, nicht vor dem Blauen. Ich bin... Ihr könnt's oben durch die Lücke ran spüren. Nach unten gucken einfach. Der steht unten auf der Brücke. Ah, okay, okay, okay. Steht unten auf dieser Zugbrücke. Digga. Hey, Zugbrücke! Ey! Ich glaube ich weiß, was du meinst. Wo du grad drauf stehst, Echse. Da unten. Ja, 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 genau. Diese kleine Hol... Lol. Ah, wow. Da unten. Ah, da runter, da runter. Ja, wow. Harten hochwerfen bringt dir aber auch gar nichts, ne? Warte, warte, warte mal. Ich probier mal was, Echse. Ja, wann war das schon hin? Ach, der ist zu weit weg. Sind das zwei GSGs, die gerade da gegen den kämpfen? Äh, ne, G3SGs. So, er schnallt grad echt nicht. Mann, ey, sagst du keinen Kiegel! Der Deadwinger hat er, Deadwinger hat er. Ja, 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 ja. Wow, ich hab ihm doch einen Headshot gegeben. Was ist das für ein Dreck? Du hast ihn keinen... Wow! Oh! Wie schon? Ich konnte nicht schießen! Oh! Das war ein Diegel-Headshot im Deadwinger! Ich konnte nicht schießen im Deadwinger! Kannst... Ja, kannst du auch nicht! Ja, siehst du, warte mal, jetzt hast du auch noch einen gefressen. Aber, aber, also der Diegel-Headshot im Deadwinger ist schon... Nice! Ich hab seinen Namen gesehen und daraufhin hab ich abgedrückt. Also... Das ist schon echt nice! Ich bin über seinen Namen gefahren, bin dann nochmal mit dem Diegel in die andere Richtung, ja. Ja. So macht nicht jeder. Oh, ich hab schon so viele gut hingekriegt. Ich hab, äh, Remover mal einen durchs Feuer gegeben, obwohl ich nicht mehr seinen Namen gesehen hab. Ja. Luck. Nicht zwingend Luck, ich hab ne Schusstechnik, aber eben... Ja gut, es könnte auch, ähm, Farbe sein. Aber wann? Oder E-Bot. Habt ihr überhaupt verstanden, wie der von wann war gemein? Hm, ich hab nicht zugehört. Ich hab einfach nicht zu, nur zu wenig Niveau. Ja, es wurde immer Lack. Und wann war gesagt, es kann auch Farbe sein. Okay, ja, stimmt. Gut, gut, ja, gut. Jetzt versteh ich, warum du nicht zuhörst. Ey, ey, jetzt bist du auf Snail, oder? Nee, Snail, ja. Was, was würdest du... Ey, extra. So nicht, ja. So nicht. So nicht. Oh, Mist. Ja, so nicht, ne? Ey, da hat immer eine Disco überhaupt... Der geht brennen. Der geht rauchen, wollte ich sagen. Hey, bei mir. Bei mir gibt's Kekse, sonst wenn jemand rüberkommt. Was? Kekse? Doppelkekse? Ich liebe das, immer mit der Digga durch die Luft zu schießen. Einfach so und dann... Doch, ohne die Luft. Eieieiei. Nee. Nee. Oh, sorry, wollte ich nicht sagen, aber du hast mich auch getroffen, Snail. Lol, auf mich wurde geschossen von einer anderen Seite. Mit? Ja, Cyberbot, ne? Also, Cyberbot. Ich wollt nur gucken, ob ich treff, Mann. Ja, gut, ich und Sam haben uns auch schon angeschlossen. Ja, eben. Au. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Der war nice. Der war nice, Cyberbot. Der war nice. Der Headshot war nice, aber... Ist auch reißig, Alter. Ist der jetzt da hinten auf der anderen Seite? Wo? Ey! Snail, hast du mich grad angesnipet? Ich sniper grad beide auf dich. Ey! Er hat's doch verdient. Ich hab grad Wanwan nie... Du musst sterben. Ich hab's überhaupt nicht verdient. Während er gelaufen ist. Du musst sterben. Wo ist denn der hin? Ich hab keinen, äh, Sniper. Ich will jetzt Snail nicht trauen, er will mich tot sehen. Ich glaub, er hat T, Alter. Ich will dich aber auch tot sehen. Ey, wär ich jetzt afraid, als würde ich beiden von hinten geheadshots gehen. Du willst Snail runterschmeißen, oder? Na? Ja. Oh, na? Wie ist das? Ne, so... Alter! Nein! Nein! Alter! Eine Taube! Eine Taube! Eine! Also, das war Glück, weil normal freil ich dir immer an dem grünen Ding da ab. Ne, ihr seid da wohl stehen geblieben. Ich hab dich schon das sieben vorher geworfen. Ja, aber normal freil ich dir an dem grünen Ding ab. Du hast Glück, dass du durch die Lücke gezogen hast. Das ist so ein riesen Glück. Ja, er hat vorher mit einem Sniper gezielt. Du hast deinen Headshots. Das ist wirklich... Da brauchst du wirklich übelst Glück, weil sonst immer, als jemand eine Taube dahin geworfen hat, ist sie an dem grünen Ding da abgeprallt. Ne, ne. Wie gesagt, er hat ja vorher mit der Sniper gezielt. Ja, ich zieh mir mal mit der Sniper, bevor ich schieß dann. Und dann exakt dieselbe Position mit der Taube weitergemacht. Ja gut, die Taube prallt aber trotzdem ab, solange sie das nur streift. Ja, ja. Das ist ja nicht. Das ist ja exakt die Mitte gewesen, die er da anvisiert hat. Ich hatte genau auf Snake gezielt. Ja. Oh Mann, wann war der Renner Kill? Was war der Renner Kill? Das war trotzdem... Ja, Mann. Ich hab die ganze Zeit so im Kreis geschossen, mich so um 180 Grad gedreht und dann währenddessen geschossen hab ich die Jungen mal getroffen. Weil ich war ja in der Autosniper. Cyberboot. Ich hab ne AFK 47 S. Sind wir jetzt... Sind... Warte mal. Wo sind die anderen? Sind die auf der anderen Seite? Also vor mir ist ein Mr. Vanva. Ach du Scheiße. Seid ihr zu dritten aus Händen? Er läuft ziemlich verdächtig. Ne, wir sind zu zieler bei dir in der Burghexe. Er läuft in das rote Kuboite rein. Ähm... Weil... Es ist... Rot hier. Echt? Wo bist denn du? Hier. Ach da oben bist du. Ach so. Ich suche hier grad ne Sniper, aber hier ist keiner mehr. Ein Sniperino. Hier ist wo ich dir ne Sniper und keiner finde deine, dass er so richtig beendet hat. Ja, weil die Waffen sind scheiße. Hast du grad... Ne, worauf ziehst du? Du ziehst auf... Ne, du hast sie grad... Oh, du hast mich verloren, Snail. Nein, du bist immer noch unter Wasser. Ah fuck, ich würde grad zu dir hochschmeißen. Er kommt jetzt im heiligen Munitionspäckchen. Oh ja. Oh, die ist auf den Dach... Ne, die ist runtergefallen. Scheiße. Ich wollte die auf den Dach schmeißen. Die Insi. Aufs Dach. Wo? Jetzt ist es Moog. Moog. Ich will die Insi auf den Dach schmeißen, warte? Ich glaub, Cyberbrot ist es. Cyberbrot? Ich bin kein Brot. Ich bin kein Brot. Er sagt immer Cyberbrot. Weißbrot oder Graubrot? Weißbrot? Weißbrot? Beides. Geister. Wer wird jetzt aus... Dach? Ah fuck, nicht getrunken. Dann nennen wir immer Cyberbrot. Ey. Wir werden Cyberbröt, du Spacken. Brötchen? Oh, jetzt n Brötchen wäre richtig geil. Schön irgendwie mit Salami und Zähne mit Brötchen. Jetzt hab ich das Dach getroffen. Ich hab's Dach getroffen. Bist du auch fürs... Ne, ne? Ne, die ist rübergeflogen. Scheiße, die ist rübergeflogen. Bist du auch einmal? Ja. Wollen wir stürmen? Sag den euch, du läufst da nicht hin und dann... Warte mal, komm. Oh na. Hast du grad noch nicht gesniped? Ne, der schießt in die Luft. Ey. Wow. Wow. Snay hat mich angeschossen. Aaaaah. Was sind die denn? Ey, du hast mich angeschossen. Ey, mach mal. Snay hat mich angeschossen. Er hat mir wirklich das gemacht. Oh. Exel, wo ist Snay? Wollen wir das jetzt ex ab? Snay. Ist ex jetzt tot? Kann man mit mir reden? Hallo? Was? Ich weiß nicht. Alter, da oben steht dieser Mongo. Alter, das war aber ein Luck-Shot. Musst du springen auf die Distanz. Nein. Nein. Du weißt schon, dass die Sniper auch auf die Distanz sprayt. Dass die was? Die Sniper sprayt auf die Distanz. Das weißt du schon. Und deine Deal-Treffer sind kein Luck. Ich hab auch nie auf weite Distanz geschossen. Nein, die sind Farbe. Wir werden Autosniper. Äh, wen würde ich nehmen? Erfache ich mich, wieso ich mal an einem Tag so viele Luck-Feuer gemacht hab. In einer Runde. Durch vorher, du hast sie nicht dabei gesehen. Okay, bei wann war der? Da hab ich in seine Richtung gezählt. Der war wirklich Luck. Aber der danach an Reaper nicht. Ach, falsch. Danke, ne? Willst du irgendwas anderes dafür haben? Wann war? Weißt du noch der, wo ich einmal mit der Diege in deine Richtung geschossen hab auf Aircraft und... Ich kann mich grad nur an den auf, ähm... Aircraft meine ich dem auf dem Luftschiff. Nee, nee, auf... Nee, auf... Menschen... Oder wie auch was das heißt. Wann war? Nee, der auf Aircraft das letztens... Äh, der letztens war auf Reaper im Deadring ab. Nein, ich will die Waffe nehmen. Wann war? Oh, na? Der letztens, wo ich einmal mit der Diege auf dich geschossen hab. Oder auf Linksklick. Wann war? Ja. Der, wo ich einmal mit der Diege auf dich geschossen hab. Der, wo ich einmal mit der Diege auf dich geschossen hab. Der, wo ich einmal mit der Diege auf dem Luftschiff von der Heli rumfliegt. Was ist das? Wo ich Snail rum nachweilen wollte. Ja, 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 ja. Ich glaube, ich glaube, ja. Das funktioniert nicht, Snail. Okay, wir müssen versuchen. So. Ich musste Snail umbringen, aber ihr dürft mich jetzt gerne auch umbringen. Dann habt ihr sogar eine kostenlose Autosniper. Ey, ich werde angesnipet. Leute, der ist nicht so nice, ey. Ich steh so auf Ohr, im Kopf. Ohr, das snipet mich an, oder Cyrobot, einer von beiden. Ähm, echt. Ich hab dich geschossen. Ich hab geschossen. Ich hab geschossen. Ich hab geschossen. Warte, warte, warte. Ohr, Ohr, hab ich dich auch getroffen? Dann. Ok, siehst du, dann sprayt die Waffe auf die Distanz. Aber der wurde nicht einfach getötet, aber ich hab nur den Winchester. Ja, siehst du. Dann haben wir halt beide Lackarten. Kriegst du wenigstens noch eine vernünftige Bestattung. Aber der D-Headshot im Deadwinger war kein Lack, weil ich hab deinen Namen vorher gesehen. Ich wusste genau, wo du langläufst. Ok, lebt ihr alle noch? Ja, ja. Ich, also ich hab ähm, ne. Snail ist halt der einzige der tot ist, aber ich bestatte den gerade. Ne, äh, ne. Mit Smokes? Ihr bestattet ihn mit Smokes. Wieso geht das Ona nicht? Ah, ich mach jetzt, jetzt mach ich ihn... Ich glaub, Ona lebt ja schon noch. So, jetzt ne Feuerbestattung noch. Äh, wann war ist der Ona tot? Ja, ich hab gesehen, wie er gesprayt hat. Das weiß ich nicht. Gesehen nicht. Ah ne, Ona ist da noch, Ona ist da noch. Ja, ich seh ihn. Snail. Es tut mir leid. Wer ist denn jetzt eigentlich von euch Traitor? Wer hat Snail getötet? Wann war? Ich hab den getötet, ich hab ihn schon ineinander. Gott, wie viele Smokes das sind. Er ist unnatürlich, Dinge. Aber gut, dass du Karma ausgestellt hast. Ich weiß nicht, was da jetzt los ist. Wow, wer hat die Wand geworfen? Oh, na. Wir alle! Wir alle! So, Snail nochmal eine weitere Feuerbestattung. Ne Plasmagranate, nicht zum Snail hingehen! Wo ist Cyberbund eigentlich? Wow! Ich höchste auch. So, man guckt mal euer Spektakel da an. Du wirst gleich ne Taube und davor. Boah. Ja, Digga, 100%ig. So, und weil unser lieber Freund Snail auch gerne Waffen genutzt hat, kriegt er jetzt auch noch auf sein Grab Munition. Ja, Blumen, wann er ausverkauft, ne? Ja. Ich werde gleich sterben bei dieser Bestattung. Du siehst es auch schon kommen, ich denkst du bei mich auch gerade. Ja. Aber ich appelliere einfach daran, dass es ziemlich PLT los wäre. Ich taug die Leiche! Oh, scheiße! Wir müssen sie töten! Achtung! Ähm, Cyberbund hat ne Taube! Wow! Taube ist hoch! Huch! Mitten im Sniper, auf der Entfernung. Ja, wieder. Warte, 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 warte. Geht doch näher ran! Der, dead aim, dead aim! Da! Oh, da! Dead aim! Du hast erstmal Waffenbar abgeschossen. Warte, 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 warte! Lass, lass mir, ich mach nachladen. Ich hab nur 21, ich hab viel, lass mal nachladen. Okay, ich hab nachgeladen. Und los geht's! Oh, der, der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Alter, was war denn das jetzt gerade für ne Runde? Äh, was, das war ein Headshot und der hat noch einen. Alter, ich sag... Ne, kein Headshot, das war kein Headshot. Ne, das Wann war. Das Wann war. Das Wann war. Ich hab die Taube zu schnell... War kein Headshot. Ich hab die Taube zu schnell... So schnell gezielt. Ich hab ja einfach alle dreigeln können. Ich hab die Taube zu schnell zurecht. Ich hätte jetzt warte, dass es ein Headshot war, aber dann hat die die gesprayt auf die Distanz. Ja, ganz ehrlich, was war denn das für ne Runde? Erst musste ich Snae töten, dann bestatte ich den. Wieso musstest du Snae töten? Naja, wir haben es bestimmt ne halbe Minute lang mit Magnete, als den Grechtsglick versucht, hat nicht geklappt. Du, ich wollte dich nicht töten. Ich hab jetzt nicht mehr überlebt. Als... ...detektiv hätte ich dich wiederbelebt. Als Traitor vielleicht auch. Und dich dann nochmal getötet. Reih in den Spaß. Das muss ich mit Ex machen, stimmt. Das muss ich nochmal mit Ex machen. Was mit mir? Ne, 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 ne. Das war's. Das müssen wir diesen, äh, als Traitor ein Inno wieder überleben, dann müsst ihr nur ein Navoka Fragen in Folge 100, das ist also... Das war ein Date, das war halt Folge 100. Bei mir, äh, bei dir vielleicht. Bei mir war's Folge 100. Was? Die sind doch nicht mehr rausgebrochen. Jaaaa... Bald. Bald nächstes Jahr, ne? Äh, ich glaub ich bin doch der Einzige hier. Oh fuck, wann war... Oh nee, das war schon wieder so ein Shooter. Okay, äh, belebt... Kannst dich selbst wieder spawnen, oder wann war? Kann ich das? Ich versuche halt, um Leute zu töten, weil wir ja kein Karma mehr verlieren. Belebt dich selbst, wie das geht. Über, glaub ich. Über... Über... Geht nur über Konsole Scheiße. Was ich sagen wollt. Hehehe. Huii. Dass ich's vergessen hab, verdammt. Du wachers. Ich will, wann was leicht siehst du das? Wann mal, wie sieht das aus aus deiner Sicht? Es war irgendwas mit einem... Äh, klar. Kragen. Mo! Wie sieht das übel aus? Ja, schon ein bisschen. Ja, ich weiß nicht immer, wo ich hingehe. Ja, ich weiß nicht immer, wo ich hingehe. Sieht das mit keiner von euch? Wir sehen hier gar nichts. Ich werf grad, äh... Ich nehm mal raus, ey jetzt. Granaten auf Owner. Ich nehm wirklich grad gar nicht. Snape, wo bist du? Ich suche dich. Ey, hier! Ey, hier! Da war ein Baby-Exo. What? Den Baby kann doch nicht so weit fliegen. Sag bloß, du hast jetzt eins auf mich geschossen. Nein, du hast jetzt eins auf mich geschossen. Nein. Bitte nicht! Warte, Exe. Noch nichts machen. Genau, gut. Äh, Zerobatt, lebst du noch? Ja. Ah, ja, 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 ja. Mach, 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 mach. Mach, mach, mach. Mach da, mach, mach. Mach nochmal, mach nochmal, mach nochmal. Mach nochmal. Ich kann keinen mehr kaufen. Du kannst aber hier das hier haben. Warte, gib her, gib her. Ich geh rüber. Gib her, gib her. Was, egal was du hast. Ja, 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 ja. Warte, warte, warte. Wo denn? Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich geh rüber zu Simon, was? Okay? Alter, ich seh euch da oben rumlaufen, ihr kackt Noobs. Alter, was ist denn der falsch gelaufen heute? Die Runde ist so gut. Wir sind unter Drogenkonsum. Oh, Mann. Ey, gäbe es jetzt noch einmal, ich weiß nicht, wie viele Videos kamer ich hätte. Warte, Simon, ich bin recht. Ah, ich bin meiner Smoke. Ja, ich bin meiner Smoke. Die sind so hässlich. Aber es ist ein anderer Wanva als den, den du erwartest. Ja, ist klar. Du erwartest einen konfirmten Wanva. Aber er ist nicht mehr konfirmt. Wir haben das Unmögliche wirklich gemacht. Einen konfirmten Ego ohne Konfirm zu machen. Wie zur Hölle? Ist euch ernsthaft so lang? Wo seid ihr denn eigentlich? Es hat ein bisschen was vom gekochten Eilidert rückgängig machen. Also, wir gehen jetzt einfach dahin, wo ihr vermutet, dass du bist. Ähm, ich bin... Ja. Also, das dauert noch, schützig. Oh Gott. Wo bist du denn? Ich bin... Bei dem Boot. Bei dem Boot. Ähm, komm mal da her, wo Ona liegt. Alter! Weißt du, das ist da, 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 da. Komm mal bitte da her. Bis dauert es lange. Möglichst ohne dich umzubringen, Cyber. Fresse! Ich hab den Probstenskaiser während dem Teleportieren aktiviert. Neu! Alter, wozu ich dich machen? Ja, genau die richtige Richtung Cyber! Nein, 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 nein! Ich wollte eigentlich, dass ich dann als Fass da raus... Heiß, warm, warm, ich bin! Ja? Wann war ich... Wann war ich... Ich wollte eigentlich, dass ich dann als Fass da rauskomme? Aber ich bin tot rausgekommen LOL Das Rohr ist ein Magnet Warte mal siehst du das? Meine Leiche Das Rohr ist ein Magnet, wo es Snake meine Leiche gebracht hat LOL Oh man Warte Simon, bevor du Snake erschießt, guck's dir an Das Rohr ist ein Magnet, ey jetzt ist die Leiche weg Also genial Das Verkack ist, er spielt Snake wann war wieder Sobald wann war wieder gestanden, aber wieder spielen So Just for Fun, das ist ja jetzt die letzte Aufnahme Sind ja die Random Runden des Polers Ich würd sagen letzte Runde Und dann spielen wir noch Just for Fun ein paar Runden, oder? Nicht so gute Aufnahme oder so Die Map ist einfach so genial, die lohnt sich für 2 Ich will eine, ich will eine Ja gib mir das in meine Sniper Ich hab ne Striker Ich hab Striker verstanden deswegen Ne, ich will ne Sniper Keine Striker Keine Striker an der Sniper Ich muss halt, Mann war geht nicht shoppen im Preparing Okay Im Preparing wird nicht shoppen Ich hab die Sniper Was siehst du denn? Ich sehe die Karte In diesem blauen Ding Du siehst tote Menschen Es wurde gerade mehr weggestuppt Ja von die Sniper Doch Ich lieg auf der Schattenbrücke, Ohna hat mich abgeguckt Oh, ich wollte ihn in die Tavishis immer wieder ra- Wir sind jetzt ne Äh, Sniper Ach das war nur Hey, wer hat hier Rauch da oben gemacht? Hey Loll Loll, Sniper Ernsthaft Wer hat die Disco geworfen? Sniper Das wollte ich nicht Hast du gebracht, du Misasack Ich wüsste doch nicht, dass der da rausfliegt Oh, Sniper Nein Scheiße, jetzt müssen wir den nochmal bestatten Nein Komm, Mann war Leg ihn ins Haus da rein Das Mausoleum Das Mausoleum des Sniper 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 Ja, es heißt ja normal Jubio hieß es doch das Mausoleum des Kaisers Oder jetzt selber das Mausoleum des Sniper Hast du jetzt ne Brand reingekommen? Ja, natürlich ne ordentliche Brandbestattung Sniped Easy Das war alles Loll Das war mein Fan Das war mein Fan Das war mein Fan Ach, hast du mich bitte getroffen auf die Disco So ein Luckshot, ich bin sogar gelaufen und gesprungen im selben Moment Ich hab eh, man kann zielen mit der Sniper Ja, wow, ich bin gesprungen und gelaufen Also du kannst mir nicht sagen, dass das geplant war Mach nichts zu treffen Mach nichts zu treffen Ja, ich würde sagen, folgende Das war ja mal eine Folge dabei Ich werde noch beilegen Tschüss 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 Ja, tschüss